Okay, man braucht diese Edelsteine. Wo sind sie? Ich sehe alles, ich salam Ende, wer hat mehr? Wo sind meine Edelsteine für die Piraten? Guck da, guck da mehr. Guck da, guck, guck, alles hier. So viele hier. Wunderschön. Schnell, Eva, schnell. Wir müssen alle Edelsteine finden. Keine muss draußen. Am Ende, ich zähle, wer hat mehr Edelsteine. Wo sind meine Edelsteine? Ich suche meine Edelsteine. Welche Kinder hat mehr Edelsteine hier? Hier ist einer. Ist das Eddie? Nein. Ist das Alice? Wer? Wer gewinnt? Wer findet die nächste? Wer gewinnt? Der Pirat hat ja was verloren. Ach, ach, ach. Vielleicht kommen wir jetzt noch dahin, wo der den richtigen Schatz versteckt hat. Wo sind meine Edelsteine? Ich will meine Edelsteine finden.